Gegen was spielen wir eigentlich? Ha, 2 Mark lösen. Leerer Blick, letztes Wort. Stürmer, aufpassen, nicht zu eng zusammenstehen. Leerer Blick, Sonnenbezänger mit Doppelgranate, aufpassen, nicht zu eng zusammenstehen. Und Sonnensänger mit Mieder, aufpassen, nicht zu eng zusammenstehen. Stimmt der mal. Stimmt der mal. Der liegt hier am Baum. Woa, da kommt einer durch den Gang. Er belebt ihn gerade wieder, Leute. Kommst du schnell weg? Was für's? Sorry. Ich glaube, der ist verflucht. Ja. Puschen! Oh! Der ist gut hoch! Jawohl! Nice! Nice. Good job! Oh, das kann ich ja niemals schaffen. Das ist für ein Träumchen da, dass ich die Spitzarmzone öffnen kann. Ich pushe mal links rum. Ja, einen hab ich. Da ging ich das Kleine von gestressen. Das ist auf die Kugel, wenn ich mitgegangen. Der ist auch weg. Fuck. Weißt du, das ist da hinten in der Base, die haben sich wiederbelebt. Oh, scheiße, ja. Fuck, der geht in die Mitte. Pass auf, der kommt da. Ja, wir haben den. Du bist der letzte. Auch da hinten in der Base. Der hab ich geholt. Was mach ich eigentlich? Machen die Basecamp oder spiel die noch mit? Basecamp auf der Map ist ja tödlich. Die? Ihr doch nicht. Wir sind gerusht wie die letzten Benicke. Okay. Ich bin der Type. Und du kannst gerne das Fairen machen. Ich nehm die, äh, immer gerne. Und du hast ja auch einen. Danke, du bist der. Oho. Ja, ich hab mich. Du bist der. Du musst auf die Aktion. Passt auf. Schieb mich da weg. Ach du, einer kommt da über rechts angedackelt. Der ist da. Da ist er. Ich seh ja nicht mal einen. Schau mal Spezialmunition. Wenn die sowieso nicht kommen, kann die Ammonie aufheben. Top. Komm zu dir, ja. Achtung, die kommen hier über außen gepusht, über links. Kann ich rennen. Schau mal nochmal Spezialmunition. Cool, die Achtung, die kämpfen da beide, die kämpfen beide auf meine Leiche. Pass auf, die kommen da jetzt, glaube ich, oder? Ah, ich glaube auch. Jetzt muss man die Leiche hier denken. Immer nach da hinten. Hm. Achtung, die sind bei meiner Leiche, die kommen über hinten, über hinten. Wo hast du mir da links? Ja, ja, ich bin bei dir. Ich weiß nicht, ich bin doch. Ja. Pass auf, der kommt jetzt übers Haus, übers Haus, da im Eingang. Da kommt der gleich. Kommt noch einer in der Mitte. Pass auf, der kommt da jetzt gleich, der steht da drin. Ihr könnt ihn eventuell zusammen pushen, glaube ich. Nee, wir pushen ja nicht weg. Jetzt haben wir den Wagen. Jetzt geht der wieder weg. Der geht wieder nach oben. Der sagt dem an, wo wir stehen hier auf Gold. Dann. Achtung, der ist da oben. Achtung, der ist da oben. Achtung, die kommen! Ja, Achtung, die kommen! Well, nice. Pass auf, der ist da. Achtung, der kommt da über die Mitte. Ich hol den wieder. Ich bin eh low. Jawohl, jawohl. Ich hatte Goldengarn die ganze Zeit, aber ich hab mir gedacht, nee, der Krieger macht die schon weg. Ich hab mich einfach mal darauf verlassen, dass du das alles hast. Ich push Stern Heavy mit Goldengarn, welches nehmen die wohl? Irgendjemand eine Idee? Warte, die nehmen links. Ja, nehmen. Ich geh rechts. Ich geh rechts. Ich geh links. Ich glaub auch hier links. Ich hör uns von der Gäste. Ja, ich geh rechts jetzt los. Ich hab mal einen Wurscht, den Mann. Ich geh rechts. Alle bei euch, oder? Ja. Ah, die haben sie schon. Naja, das ist jetzt schlecht, die wollen wir morgen. Das ist die Heli, lass die wohl wohl gar noch besser weg. Ja. Jetzt auch nicht, gegen Wahrheit, da wär auch keinen Bock. Ja, wir haben die Heli, wir haben die Heli, wir haben die Heli. Ich hab die Heli, wir haben die Heli. Ich hab die Heli. Wenn euch hier Heli holen sollen, Krieger Achtung. Für meine Leiche. Ja. Hey, der kann das nicht gewinnen. Es ist unmöglich. Ich schieß 5 Minuten auf Air. Ich muss auf Wahrheit wechseln, nicht so. Ich kann gegen die mit dem MG nicht gewinnen. Ich geh mir nur Headshots und ich treffe einfach nichts. Es ist so ein Witz. Ich hab 5 Minuten Air geschossen, dann fängt der irgendwann an. Ich bin sofort tot. Dann lagts einmal kurz, ist der Lenny wieder weg. Ist auch geil, dass ich mir immer die falsche Heavy aussuche, wenn ich mal super hab. Immer die falsche. Immer die falsche Heavy. Ist eh klar. Einer ist bei mir. Einer ist bei mir. Nein, ich bin sowas von low. Der pusht bei mir. Geh runter. Ah, das liegt. Geh runter. Der liegt ganz falsch da hinten. Komm zu mir. Der kann niemals wieder belitt werden. Der kommt zu mir. Der liegt da hinten zum Ultrasafe. Die pushen jetzt hierher. Oh, der letzte ist da hinten. Ja, die Granate ist explodiert. Gott sei Dank. Ich hab 23 Schuss und das Snider benutze gar nicht mehr. Ich hab immer noch Golgen gern. Was soll ich denn mit dem Käse? Ist ja voll langweilig. Jetzt hab ich den Delegst du für 5 und brauchst gar nicht mehr. Komm aber auch nie zum Wiederbeleben, ist zu langweilig. Oh Mann, hey. Das gibt's echt nicht. Achtung. Ich muss da gar nicht mal den Super aktivieren. Ja, der snipe mich halt instant. Der ist halb tot. Hol ihn. Das ist doch ein Witz. Nein. Ach Gott, ich bin halt Golgen gern und schieß den ersten daneben. Und dann schnibt der mich von hinten aus der Mitte raus. Obwohl er halb tot ist. Das ist das doch zum Patzen. Man darf auch nicht da oben verrecken, Leute. Wir müssen links oder rechts stehen. Wenn du da oben verreckst, wie soll ich sich da wieder mit dem 3 Leute snipen und cross the map auf euch? Wenn man unten im Loch stirbt, kann man immer wiederbelebt werden. Wenn man da oben an der Mitte stirbt, unmöglich wiederzubeleben. Ich hab's vergessen. Euch kann ich vorgehen. Yeay! 3 Blicke. Und tschüss. Ich hab die Quickscope gegeben und ne Licht- und Saminengranate angepappt. Also sofort wieder tot. Ja jetzt krieg ich 306er Intellekt und Disziplin, wo ich eben die ganze Zeit rumschiebe und mache. Ich hab' den Ernst. Ist viel zu gut eigentlich. Ja du Disziplin und Stärke. Ich mag Stärke beim Jäger auch nicht so wirklich. Außer ich spiel' Nachtbürsche. Aber dann weiß ich nicht. Aber die Handschuhe sind natürlich überragend. Aber hier habe ich das auch immer gespielt. Ich hab' den Arm. ein Arm. Ich hab' den Arm.